Wenn du wissen willst, wie dieser coole Effekt funktioniert, dann musst du in den nächsten Minuten aufpassen. Wir brauchen nur ein bisschen CSS und HTML, also los geht's. So, und los geht's wie immer mit meinem Setup. Hier seht ihr Visual Studio Code, hier seht ihr Chrome mit der Live Preview. Und all diese Dateien hier an der Seite ist mein Standard Setup. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo ich in einem Video erkläre, wie das alles funktioniert und warum es so aussieht, wie es aussieht. Wir brauchen heute kein JavaScript, das benutzen wir also nicht. Wir haben allerdings ein leeres Style.scss und ein paar Presets. Diese Presets, die hier drin sind, beschreiben eigentlich nur meine Farbcodes, eine Schrift und so weiter. Und dass alles, was ich zeige, hier in der Mitte zentriert wird. Das ist in jedem meiner Videos gleich. Das, was wir für diesen Effekt brauchen, ist quasi noch komplett leer. Auch unser HTML-Teil ist noch komplett leer. Also hier steht noch nichts, was wir für dieses Video brauchen. Und wir legen jetzt erstmal los, zu überlegen, wie so ein Effekt eigentlich funktioniert und wie wir uns Step-by-Step diesem Effekt annähern können. Dann überlegen wir uns doch mal das Konzept hinter diesem Bild. Und grundsätzlich haben wir nämlich gar kein Bild, sondern wir haben eine Zusammensetzung von verschiedenen kleinen Slices. Also wir teilen das Bild in ganz viele einzelne kleine Bilder auf, die wir zusammensetzen, um das eigentliche Bild wieder darzustellen. Das bedeutet, wir haben hier einen Slide. Natürlich haben wir dann noch neun weitere in unserem Fall. Diese Zahl wird bei euch später variieren wahrscheinlich. Das nächste, was wir haben, ist ein Parent-Container, der unser eigentliches Bild darstellt. Also dieser Container ist eigentlich unser Bild und so können wir das im Layout auch später behandeln, dass wir hier einen großen Container haben, der alle unsere Slices umfasst und per Overflow Hidden auch dafür sorgt, dass unsere Animation schön aussieht. Grundsätzlich können wir jetzt nämlich hingehen und sagen, wir haben einen Teil des Bildes, unseren ersten Slide, haben dann einen zweiten Teil unseres Bildes, einen zweiten Slide, der aber perfekt zusammenpasst. Also, dass man später keine wirkliche Linie erkennt. Und wir haben auch noch einen dritten und so weiter und so weiter. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir das animieren wollen, würden wir hier jeden einzelnen dieser Slides anpassen. Also zum Beispiel mit Transition dafür sorgen, dass das schön nach oben slidet und auch das nächste und dann mit allen anderen ebenfalls. So können wir diesen Effekt animieren und so erzeugen wir ein Bild, was so aussieht, als wenn es ein Bild wäre, es aber eigentlich ganz viele kleine Bilder sind. Also das ist unsere Idee, aber wie zum Teufel können wir das jetzt umsetzen, technisch und nur mit CSS? So, los geht's als erstes mit einem Grundgerüst, das wir für dieses Video brauchen. Als erstes erzeuge ich mir hierfür einen Div-Container mit der Klasse Image-Animation. Das ist sozusagen mein Wrapper. Und hier drin erzeuge ich mir jetzt weitere Div-Container mit der Klasse Image-Cut. Davon erzeuge ich mir zehn Stück und diese zehn Container brauchen jetzt jeweils für uns noch eine Nummer, die wir eindeutig nutzen können, um diesen Container zu identifizieren. Deswegen mache ich hier hinten noch eine zweite Klasse dran mit minus 1, 2, 3, 4 bis 10. Hier könnt ihr natürlich unterschiedlich viele Div-Container verwenden. Ihr müsst dann nur später im CSS-Part die Zahl anpassen. Ich nutze zehn, ihr könnt aber auch hier 500, was auch immer nutzen. Wichtig ist nur, dass ihr hier quasi die Zahlen mit dem, was im CSS gleich kommt, gleich haltet. Aber so können wir erstmal loslegen. So, dann gucken wir uns doch mal an, wie der Effekt wirklich hier funktioniert. Und zwar als erstes brauchen wir eine Anzahl unserer einzelnen Slides. Das nächste, was wir machen, erstmal unseren Parent zu stylen. Und unser Parent bekommt als erstes meine Größe, sowie dass wir irgendwas sehen, eine Hintergrundfarbe. In unserem Fall, sage ich weiß, mit zwei Prozent decken. Das mache ich über RGBA. In dem Moment, wenn ich das speichere, sehen wir hier einen schönen Container. Einfach für die Optik möchte ich jetzt noch ein Border-Radius hinzufügen. Und wir wissen, wir haben hier drin Childs, die wiederum werden keinen Border-Radius haben. Um das zu erreichen, muss ich hier noch ein Overflow hinten drauflegen, dass unsere Childs später so abgeschnitten werden, dass sie unseren Border-Radius wirklich respektieren. Und dass es so wirkt, als wenn diese graue Box unser Bild ist später. Das nächste, was wir jetzt machen wollen, ist unser eigentliches Bild einmal erzeugen, dass wir überhaupt etwas sehen. Hierfür erzeuge ich mir jetzt einen Image-Cut und sage, okay, dieser Diff-Container ist 100 Prozent des Parents. Also der ist quasi komplett gleich groß. Jedes unserer einzelnen Bilder muss ja quasi übereinander liegen, damit wir genau dieselbe Position im Hintergrundbild stylen können, wie wir das ja gerade in der Anleitung gesehen hatten. Und wenn ich jetzt ein Bild einfüge, in dem Moment sage ich No Repeat, sage ich zusätzlich, dieses Bild muss immer gleich zentriert sein. Also unten bündig mit dem Button und dann zentriert. Außerdem soll es Cover sein, also es soll immer 100 Prozent der Fläche einnehmen. Und es soll Background fixed sein. Das finde ich einfach einen sehr netten Effekt, weil das dann quasi sich nicht so anfühlt, als wenn das Bild sich irgendwie bewegt, sondern das Bild bleibt gleich, obwohl sich quasi der Rest verändert. In dem Moment sehen wir hier ein Bild. Das ist jetzt wunderbar eingefügt. Und wir können jetzt überlegen, okay, wie funktioniert das denn hier drin? Wenn ich uns das nämlich mal angucke, dann sehen wir, dass unser Bild hier unten hier komplett aus dem Screen rausgeht. Also die sind alle gar nicht übereinander. Und dafür müssen wir Position nutzen. Hier sage ich nämlich jetzt, okay, unser Bild bekommt Position. Und zwar Absolute. In dem Moment, wenn ich das mache, sehen wir, es rutscht alles ein bisschen komisch zusammen. Wenn ich jetzt aber die Positionierung in jede Richtung mit Null definiere und vor allem unseren Parent relative gebe, also sage, dass unser Parent, nämlich Image Animation, der Ausgangspunkt ist, dann formatiert sich das wieder korrekt. Und wenn wir uns das jetzt mal ansehen, dann sehen wir, dass alle unsere Bilder, wenn ich mit der Maus hier drüber gehe, alle genau übereinander liegen. Und das ist extrem wichtig, weil wir wollen ja quasi jetzt unser Bild schneiden in ganz viele kleine einzelne Teile. Und wie das funktioniert, das kommt jetzt im nächsten Teil. Um das nun mit CSS zu lösen, müssen wir nämlich ein bisschen um die Ecke denken. Wir haben hier unseren Slide. Unser Slide umfasst aber eigentlich 100% des Bildes. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir einen Div-Container haben. Dieser Div-Container hat eine Klasse Image Cut. Image Cut hat wiederum ein Hintergrundbild. Das ist unser schönes japanisches Bild. Und der Div-Container ist genauso groß wie das Bild oder so groß wie halt unser Wrapper das vorgibt. Grundsätzlich können wir jetzt hingehen und sagen, dieses Bild zeigen wir jetzt eigentlich gar nicht komplett an. Also wir schneiden das Hintergrundbild, nicht den Div-Container an sich, sondern nur das Hintergrundbild. Aber das heißt, wir zeigen nur diesen kleinen vorderen Teil. Der Div-Container Image Cut ist aber weiterhin so groß wie das gesamte Bild. Das bedeutet für uns, dass wenn wir mehrere Slides haben, wir eigentlich einen Div-Container übereinander stapeln. Also wir nehmen zwei Div-Container, wo jeweils nur ein kleiner Teil zu sehen ist, die, wenn man die alle übereinander lagert, aber genau das passende Bild ergeben. Und das werden wir jetzt mit CSS bauen. Und ja, dafür nutzen wir ein paar richtig coole Attribute. Wie können wir denn aber diese Idee, die wir haben, jetzt in die Tat umsetzen? Prinzipiell haben wir hier eine Klasse Image-Cut-1. Das ist schon mal unser Selektor mit dem minus 1, 2, 3 bis minus 10, dass wir sagen können, welches Bild wollen wir ansprechen. Wenn ich jetzt in unseren SCSS-Part gehe und hier sage und minus 1, kann ich das erste Bild, also den ersten Div-Container stylen. Um das jetzt mal zu sehen, kommentiere ich das hier alles aus, damit wir quasi erstmal nur das erste Bild sehen. Was wir jetzt machen wollen, ist mit Hilfe eines CSS-Attributes, nämlich Clip-Pass und dem dortigen Form-Selektor quasi, nämlich Insert, zu erstellen, das wie ein Rechteck haben. Wenn ich hier jetzt beispielsweise 0, 0, 0 reinmache, verändert sich gar nichts. Wenn ich hier jetzt aber statt 0, 0, 0 20 Pixel überall reinschreibe, also in jede Richtung 20 Pixel mache, dann seht ihr, unser Bild wird in alle Richtungen 20 Pixel eingeschnitten. Was wir jetzt machen wollen, ist das erste Bild, also das ganz vorne, das erste Element, soll quasi 10% der Weite bekommen. Das bedeutet, wir wollen nach oben hin eigentlich nichts haben, also sage ich hier 0. Außerdem wollen wir nach unten hin nichts haben, sage ich hier auch 0. Das erste Element soll auch nach links nichts haben, also sage ich auch hier 0. Nach rechts allerdings brauchen wir 90%. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, haben wir nämlich unseren Slide produziert, der genau hier ist, also das erste bisschen des Screens. Und wenn ich jetzt hier mal über den HTML-Part gucke, sehen wir, unser Bild ist aber trotzdem noch 100% der Weite. Wenn ich jetzt hier unsere einzelnen Elemente alle auskommentiere, sehen wir unser ganzes Bild. Und müsst ihr jetzt hingehen und das hier nehmen und hier unten einfügen mit einer 2 und sage dann hier, okay, das nächste Bild ist 80, hat aber auch auf der linken Seite 10%. Und dann hätten wir das nächste Bild, wenn ich jetzt die 8 hier auskommentiere, hätten wir zwei Slices direkt nebeneinander. Und so würden wir jetzt Step by Step hier durchgehen. Aber wir sind Entwickler, Entwickler sind generell eher ein bisschen faul. Deswegen machen wir uns das Leben deutlich einfacher und benutzen einen Loop. Und ja, ihr könnt in SAS eine Loop verwenden, also einfach wirklich eine Schleife. Und wie funktioniert das genau? Wir gehen einfach hier unten rein und sagen, okay, das erste, was wir machen, ist, wir benutzen den Operator, um zu definieren, dass wir eine Loop benutzen wollen, nämlich vor. Definieren uns hier jetzt einen Zählindex quasi einfach hier und sagen from 1 und dann gehen wir durch through max, also unsere maximale Anzahl. In dem Moment, wenn wir das getan haben, benutzen wir jetzt einen Selektor. Ich sage auch hier wieder dasselbe, aber wie können wir jetzt hier diese 1 produzieren? Prinzipiell kann ich mit Raute und einer geschweiften Klammer genau das machen. Also ich habe in dem Moment unsere Variable an unseren Klassennamen gemeindet und kann jetzt dafür sorgen, dass das hier selektiert wird. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Wir können jetzt auch hier reingehen und sagen, okay, füge uns doch bitte unser Image Clip Pass direkt hier automatisch hinzu. Und wir können jetzt zum Beispiel hier hinten diese 0, die wir im ersten Durchlauf brauchen, produzieren, indem wir hier sagen, okay, Dollar i minus 1, weil wir wollen hier hinten ja immer 1 zurückgehen quasi. Und dann gehen wir einfach mal 10%. Und hier vorne, um auf die 90 zu kommen, gehen wir hier auch eine Klammer und sagen Max minus i, damit wir quasi beim ersten Durchlauf hier 10 bekommen, minus 1. Also fangen wir hier quasi an mit 90 und sagen auch hier mal 10%. In dem Moment, wenn ich das abspeichere und einmal aktualisiere, passiert hier noch nichts, weil wir das natürlich erstmal auskommentieren müssen. Ganz vergessen. Zack. Und jetzt haben wir hier unsere Bilder. Wir sehen hier wunderbar, unsere ganzen Bilder sind sichtbar. Unser Bild an sich ist sichtbar. Wir sehen aber auch so ganz, ganz leicht, ich weiß gar nicht, ob ihr das auf dem Video seht, so ganz, ganz leichte schwarze Streifen, weil wir quasi ein ganz bisschen Luft mit diesem Clip Pass erzeugen. Und hierfür müssen wir noch ein ganz bisschen quasi dagegen steuern und ziehen hier 0,1% ab. In dem Moment, wenn wir das tun und das dann hier nochmal neu laden, dann sehen wir jetzt ein perfektes Bild, was nicht mehr diesen Verlauf hat. Ihr seht, keinen wirklichen Unterschied, obwohl wir immer nur unterschiedliche Teile sehen. Wenn ich jetzt beispielsweise dafür sorgen würde, Opacity und beinde die Opacity einfach an 0.1 mal i, also nehme das hier mal, dann seht ihr jetzt den Verlauf der einzelnen Bilder hier vorne. Wird das immer deckender, umso weiter ich nach hinten gehe. Also wir haben jetzt wirklich die Slides erreicht. Das Schöne ist, wir können jetzt unsere Animation bauen und das ist das nächste Kapitel. So los geht's mit dem spannenden Part und zwar der Animation. Wir wollen als erstes sagen, hier oben eine Animation bitte. Unsere Animation heißt einfach Slices und die geht 150 Millisek, 1250 Millisekunden, benutzt Ease In und Ease Out und soll am letzten Frame stehen bleiben. Das sagen wir hier mit diesem Forwards. Das nächste, was wir machen, ist, wir benutzen ein CSS-Attribut, nämlich Keyframes und sagen hier, wir würden gerne die Animation, in unserem Fall die Animation Slices erstellen. Die hat zwei Keyframes, einmal 0% und natürlich einmal 100%. So, was passiert bei 0%? Als erstes sagen wir hier einfach mal Opacity startet bei 0 und endet bei 100, also bei 100% Deckkraft und unsere Elemente sind standardmäßig gar nicht sichtbar. Wenn ich das hier abspeichere, seht ihr, hat wunderbar geklappt, wurde alles animiert, allerdings nicht mit diesem schönen durchlaufenden Effekt. Dafür brauchen wir ein anderes Attribut, nämlich Animation Delay und da das auch abhängig zu unserem Element sein muss, sage ich hier unseren Index, also $i mal 100 Millisekunden, also für jedes weitere Element fügen wir 100 Millisekunden in den Delay hinzu und so erzeugen wir so eine Staggering Animation. Was jetzt aber das Problem ist, wir sind hier in HTML. Diese Elemente werden gerendert durch HTML und überlagern sich gerade in genau der falschen Reihenfolge. Wir wollen das ändern, dazu benutzen wir Z-Index und sagen, dass Max, also unsere 10 am Anfang, minus am Anfang halt hier 1, bedeutet unser erstes Element bekommt auch unsere höchste Z-Index-Stufe, womit es quasi die anderen Elemente überlagert und nicht im Hintergrund ist. Wenn ich das jetzt abspeichere und aktualisiere, sehen wir, dass unsere Animation deutlich flüssiger und besser funktioniert. Das nächste, was wir jetzt noch brauchen, um das wirklich zu perfektionieren, ist noch den Slice nach unten. Hierfür benutzen wir ein weiteres CSS-Attribut, nämlich in unserem Fall Transform und hier Translate. Hier sagen wir in dem Fall auf der Öxe 0 und hier oben machen wir minus 100%. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, wird erstmal nichts passieren, weil ich hier unten noch das hinzufügen muss, dass wir hier gerne 0 hätten. In dem Moment, wenn ich das jetzt so habe und aktualisiere, slidet von oben unser einzelnes Element rein, so wie es kommt und damit haben wir schon richtig schöne Animationen gebaut. Was wir aber auch machen können, ist damit rumschneiden. Ihr könnt sagen, dass das von links nach rechts kommt. Ihr könnt auch hier sowas benutzen, wie beispielsweise Scale und kommt hier von 0 und formatiert das dann hier unten zu 1. Und in dem Moment kann ich sagen, wenn ich jetzt aktualisiere, rutscht das so von oben nach unten und der Effekt hat sich noch ein bisschen verändert. Wir können auch diesen Effekt hier komplett rausschmeißen und nur mit Scale arbeiten, das aktualisieren. Dann seht ihr, dass es in einer ganz anderen Animation abläuft und passiert. Außerdem können wir auch sowas einbauen wie Rotate, wo wir zum Beispiel sagen 25 Degree und hier unten sagen wir 0, sodass das dann quasi wieder komplett zurückgesetzt wird. Also euch sind hier nicht wirklich Grenzen gesetzt, wie ihr diesen Effekt editieren wollt. Ihr könnt es mit jedem Bild machen. Ihr könnt quasi ja das Bild hier oben austauschen und mit jedem Bild machen. Ihr könnt es automatisch mit JavaScript sogar generieren. Also ihr könntet beispielsweise ein normales Bild nehmen und das ersetzen durch unser HTML-Konstrukt, sodass man auch ein normales Bild einfach nachhinein mit JavaScript automatisieren kann. Aber prinzipiell ist das ein richtig cooler CSS-Effekt. Schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr davon haltet.